Hallo und herzlich Willkommen zum Workout am Mittwoch. Das Warmup besteht aus 3 Runden, 30 Sekunden Latz-Stretch, beide Arme über Kopf, gefolgt von 10 Schwimmern und 6 Cossack-Squats pro Seite. Skillteil heute, weiter das Üben an den Handstand Positionen. Ihr habt insgesamt 6 Runden vor euch 5x Plunge Front Leans mit 3 Sekunden Halten in der Endposition und 3 Hohseite Archer Push-Ups. Im Workout heute insgesamt The 50s auf Zeit. 50 Alternating Overhead Walking Lunges, gefolgt von 50 Half Handstand Push-Ups von der Box oder von einem Stuhl. Danach 50 Single Dumbbell Box Step-Ups und zum Abschluss nochmal 50 Handstand Side Steps in Summe. 4 4 5 1 4 5 5 Viel Spaß im Workout, bis zum nächsten Mal.